Mein Kopf war so, ich habe mit dem Schnurrbart wachsen, einen richtig geilen Schnurrbart. Und dann sehe ich aus wie ein richtiger Kerl, das ist ein richtiger so 80er, so Göbsch-George, Tom Selleck aus Magnum, den kennt ihr noch, ne? Drei Wochen sah ich aus wie Frida Kahlo. Das ist was ich wirklich kann, sie zu verbreiten und weiterzuleiten und immer wieder darauf umzureiten. Kennt ihr das? Ihr kommt zur Bahn gelaufen, der Bahnfahrer guckt euch an und macht so und fährt einfach los. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ich gebe euch das zurück. Ihr könnt das alle nachmachen, das ist sehr lustig. Ihr lauft auf dem Bus oder auf die Bahn zu. Ihr lauft richtig, ich muss diese Bahn kriegen. Und wenn ihr die Tür aufmacht, lauft weiter. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich esse kein Fleisch, aber sein Kind damit reinzuziehen. Mein Leben nicht nur bunt, sondern bunter. Sie schaut mir in die Augen und dann runter, als würde sie sagen, Hose runter. Unsere Sprachen verschlagen wie ein Stummer. Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. Aber wie erzähle ich es Ihnen? Ich weiß nicht, vielleicht sie nicht einfach ergeht. Ich bin einaiah-Kol Und das ist dann im Radiospiel. Das ist dann im Radiospiel. Amen.